So, willkommen! So, da wären wir bei Ride Hard jetzt. Und ich würde sagen, für alle die, die finden, was ist Ride Hard, Drive Safe. Einen Driver Coder habe ich in der Moderation schon gesagt, habe ich bei mir selber eingebaut. Und wie das aussieht, weißt du ja? Hey, ich muss den Mech spielen. So, das ist ganz einfach. Und wenn ich sage Bubi einfach, ich meine, das ist wirklich der Höhlenmensch. Genau, auf alle Fälle auf die Batterie, drauf tun und einfach den Plus und Minus verbinden, anschrauben und schon sitzt der Driver Coder. Und dann hat man das Ganze, vor allem noch, kann man es messen. Und ich habe selbst meine Fahrzeuge gemessen auf dem Handy. Und man sieht da jetzt, ich bin eigentlich sehr drive safe. Und ich habe so meinen Bleifusskomplex mit 16 verloren. Ah nein, da ein bisschen extremes Ausweichen. Ja, aber hey, das muss ab und zu sein. Ja, auf alle Fall jetzt gehen wir hoch. Ride Hard ist angesagt bei dir. Ja, logisch. Also, ich würde sagen, Engelberger's Calling. Ride Hard, Nicola Müller. Und ja, Stylemaster legt los. Komm, holen wir die Boards. Check it! Jö, 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 Jö Ja, bis jetzt ein paar Teile. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020